Ich glaub noch immer daran, ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und wenn es jetzt beginnt, ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Sie werden alles versuchen, werden netze und sein. Sie werden uns bedrohen und sie werden uns entfreien und wenn wir stärker sind, weil wir wissen, dass es stimmt und dass es richtig ist, wenn man die vergisst, dass du wieder gegen den Rest. Nichts kann uns passieren.